In der Waschküche Was gilt in der Waschküche? Kaum ein Ort generiert in einem Haus so viele Geschichten wie die Waschküche. Entsprechend entstehen dort neue Kontakte, aber auch Konflikte. In der ABZ tragen die Bewohnerinnen und Bewohner die Verantwortung für die Waschküche selbst. Als gemeinsame Haltung gilt, die Waschküche geht alle etwas an. Die Regeln werden gemeinsam formuliert und eingehalten. Auch muss die Bereitschaft da sein, die Regeln bei Bedarf neu auszuhandeln. In einer Waschküchensitzung können Konflikte geklärt werden. Was kann ich als Nachbarin oder Nachbar tun? Reden Sie mit der Person, die sich nicht an die Regeln hält. Vielleicht ist sie sich ihres Fehlverhaltens gar nicht bewusst. Bleiben Sie ruhig und sachlich. Seien Sie tolerant. Auch Sie sind vielleicht einmal froh, wenn man Ihnen eine vergessene Wäsche nicht übel nimmt. Melden Sie sich beim ABZ Service oder bei der ABZ Mieterberatung für Unterstützung.